moin moin leute und herzlich willkommen hier zu einer kleinen runde world of tanks es hat sich ein abonnent gewünscht oder auch mehrere abonnenten gewünscht dass ich mal eine ja mal wieder eine runde world of tanks let's play und den gefallen tue ich euch doch gerne gerne ich fahre mein ade 44 ich bin halt hier zurzeit für die uhrzeit ihr seht ja die uhrzeit wann ich spiele gerade ich fand ich den berg hoch zum feiten so schwachsinn leute warum fährt ihr alle hier oben im tod wir wetten die hälfte die oben lang fährt die sterben alle bestimmt ich war unten durch die schlachtergasse ist für lustiger aber wenn ich pech habe werde ich aufgeraucht entweder werde ich aufgeraucht in der schlachtergasse ich alleine und der andere franzose hier das ist ein jagdmanns alter was hat er für ein langes rohr alter übertreib übertreib doch der schon sind schon die ersten beiden tod gönnen wir uns jetzt einfach wir düdeln jetzt einfach mal hier oben lang versuchen sie dann öffnen gut ich muss nach klar gegen die top feiten willst du mich eigentlich ficken ich kann trotzdem locker durch aber er müsste auch locker durch kann zwei treffer habt sogar paar kill punkte gekriegt also bei der mit punkte ich habe die top ich habe die top gekriegt immerhin etwas und immerhin nutze ich schon die folge da ich mit schon ein kill habe natürlich schaffen den auch alleine wirst du mir nicht er hilft mir na klar nicht er denkt sich was einen hundern da oben sind genügend panzer ich brauche hier lieber verstärkung leute obwohl ja hol dir die art ich fahrt im cap und holen mir die krumm will was gibt es ja noch jagdpanzer wir sind oben ja mal gucken aufklärer erhalten oh da ist noch einer meiner 3 kills 1000 damage also doch gleich erste runde am frühen morgen und 3 kills erstmal geholt 2 artis und eine tog so habe ich nicht allein die tog beschädigt aber ich habe die eine fähre artis gewonnen hätte ja auch peinlich wenn ich ne ich war jetzt im cap weil dann müssen die auf jeden fall zum cap kommen ein medium ist noch nicht offen gewesen dein ernst alter da konzentriert ihr doch auf mich weiter bm vier kills und geben wir in acht von 4090 auf jeden fall ziemlich geil das müssen wir noch die ganze schose überleben und zwei knapp 2000 der menschen der sechste runde was sind richtig nice ist aber ich mich doch echt selber übertroffen hier abgebreiten immerhin war man sie auch wenn ich jetzt eben abgebreit waren ziemlich blöd war aber wenn euch diese folge gefallen und ihr wollt mehr so spannende gameplay sehen ihr seht jetzt noch was ich gekriegt habe und was für auszeichnungen ich gekriegt habe hier und ja wie gesagt wenn wenn ihr mehr solche spannenden folgen sehen wollt dann lasst doch einfach mal den daumen nach oben da schreibt ein bisschen feedback feedback hin wie ihr die runde fand wie ihr die runde fand und bis dann heute ciao